Es ist immer geil, wenn man Heimschule hat und die ganzen Leute und die ganzen Trommeln sind, wenn die aber mehr, das ist schon ziemlich geil. Ja, Fans unglaublich, wenn ich die Kovalenten sehe, da würde er gar nicht wehen. Wahnsinn, dass sie schon wieder da sind. Spiel, drei Punkte, verdient und Nachwuchsarbeit zahlt sich irgendwann aus. Gute Stimmung, ruppiges Spiel teilweise, nette Gegner. Zwei Drittel Pokalfight, ein Drittel Beine leer. Ja, das ist einfach phänomenal. Gute Stimmung. Gute Stimmung. Gute Stimmung. Gute Stimmung. Gute Stimmung. Gute Stimmung.